Hier geht's Marcel. Jetzt vorne ist schon... ...zau kurz, ich schau nicht. Ja, 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 ja. N-Tag, der Gewehr, wo ich kann... Direkt raus! ...star, nochmal N-Tag und so ne scheiss Crown. Zwei AKs und eine hätte den fucking MG, wo ich kann. Ja, dann fahr doch mit denen, scheisse. Nein, wir haben so einen grossen Spass im Team, ohne Fack. Ja, wie habe ich die jetzt überfahren? Du bist einfach durchgefahren! Ich check's nicht! Ja, ich habe... Ich habe zerdrückt und habe mir die Waffe durchgelegt. Ach, du bist doch so ein Spass. Mike, ich bin im Auto, bis haben wir eine Barriere. Ja, weiss, ich komme gleich zu dir. Das ist schlau mit dem Päckchen, du hast hier geblieben. Viel Zeit, chillen wir noch ein paar 5 Minuten. Du musst ihn mir entgegnen. Ja, ich weiß. Geh auf, was machst du eigentlich? Ein Päckchen. Ähm, wir sind gar nicht in der Nähe. Geh auf, was ist das? Vor allem, das macht Johnny. Ich will dich auch nicht in der Nähe. Doch, das machst du jetzt. Du holst jetzt auch den gefährlichsten Päckchen, weil sonst gibt es Beef mit mir. Ja. Du musst mir nicht ein Päckchen holen. Machen! Nice! Ich habe da auch gerade 2 Killed. Hä, was? Ich habe einen Killed? Nein, da bin ich so frei. Nein, nein. Ey, wir müssen das Auto kaputt machen. Super, meins ist Mitte explodiert. Ab und zu ist das schon cool. Dein ist einer. Ja. Ja. Wo würden wir es denn anbringen? Zuerst da. Noch nirgends. Ey, ich bin Taxifahrer. Steigst bei mir ein? Ähm, Johnny, aber der kostet im Fall. Gib mir auch noch ein Päckchen, dann mal ich ein Päckchen. Hallo? Faktisch behindert. Hauptsache, Johnny hat 3 Päckchen, aber keine Leute. Ich würde sagen doch echt nicht, Alter, machen darf ich einfach. Wenn ich ein Päckchen habe, ist es besser, weil ich bin der Skilller von uns beiden, Johnny. Der hat ohne Kills. Der Round hat erst gerade angefangen, du hast Spass. Du musst schon mal anfangen, gut zu sein. Ich habe noch keinen Gegner gesehen, Alter. Hinter uns ist doch ein Gegner, er schießt die ganzen auf uns. Ich habe noch keinen Gegner gesehen. Ja, Alter, Mann. So ein Scheiss. Ey, du bist... Adam, du bist VIP, Mann. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder, ja, Alter. Lecker doch einfach mal ein, ja. Oh, lauf nicht in den Lauf. Achtung, Granate. Was? Ich weiss nicht, aber wir haben... Ey, pass auf, oben! Ja, klar. Ja, kannst du nichts machen, scheissegal. Von beiden Seiten, weisst du, der eine hat die noch gar... Jetzt killt der Marcel einfach beide. Nein, es ist noch mal eine da. Von hinten auch Uhr gegangen, ich alle drei. Alle drei. Komm noch mal da rein. Ah, nein, der Johnny... Ah, nein. Ey, Mike, komm da rein. Räumen. Ja, Adam, Eno. Adam, falsche Seite. Er bringt uns zu verrauchen, der Auto. Ähm, fährt einfach den Fader, damit sie nicht drauf schiessen können. Ich weiss egal, ich fahr da hier. Oh, cool. Aber dann kommen wir jetzt wieder von oben, Alter. Schei... nein, nein, nein. Warte, ich gehe hoch. Eben, eben, eben. Du musst nur auf grosse Distanz bleiben mit denen. Nice, Johnny, Alter, war ja... Machst du mit denen? Das alte Johnny! Johnny, geht wieder. Was sind das für Level? 90... 30... 200... 100... 100... Wo hattest du sie nicht gehört? Der Tag, wo man den Gegner noch siehst, Alter. Äh, jetzt... Ja, zwei bei der Tankstelle. Die holen sich gerade den Auto. Egal, Mike, bitte. Ja, ja, Johnny... Gut, von hier kommen sie rein. Die Killers ist vier und ich habe ihn dreimal getroffen. Johnny ist einfach zu klasse. Ey, Johnny, hast du gehört? Ja, ich habe es gerade gehört, Alter. Ich folge mich gerade nur so, what the fuck, Alter. Wie hast du eine Waffe festgeschossen? UL3? Ja, gut, die ist auch scheisse. Hey, Alter, die ist... Hey, ich habe mich... Wie schauen Sie denn an, Alter? Wechseln wir nachher. Ich gebe die Oka und ich gebe... Hey, pass auf! Ey, Mike, bist du nicht da rauf gekommen? Ich halte die einfach. Warte, du hast den Gegner. Nein, nein, ich halte die einfach. Schöne, Jungs. Der war stark. Ey, ich habe da Munifels gebraucht. Ich habe noch keinen. Jungs, sind wir am gewinnen oder sind wir am gewinnen? Der Johnny... Ich weiss nicht, Johnny, weisst du los? Nein, die anderen sind scheisse, Alter. Ja. Johnny, 9 Kills, Alter. Ich 5-0, Alter. Nein, nein, der Johnny ist ganz krass drauf, gerade. Schau mal rein. Die Gegner sind auf scheisse. Ich habe gerade da... Ich sehe keinen Gegner ab, das ist gar nicht lustig. Bei der Tankstelle, der holt sich gerade sein Auto. Das ist voll langweilig. Jaja, nicht so aggressiv. Haben wir nur einen Gegner, oder was? Da kommt einer. Da. Wo kommt der? Von der anderen Seite. Billy, pass auf. Oh 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 oh. Jaha! Ahahahahah. Ich habe sie gesehen! Also, der Gameplay ist fix, Alter. Junge, aber du musst es... Die sind so schlecht, das es... Haha. Die sind so schlecht, dass es das fast lustig ist, Alter. Schaue, dass sie nicht ihre Sorte nicht lüftig hat. Alter, du checkst es wohl nicht. Du musst es echt aufnehmen. Ich habe noch keinen Gegner gesehen bis jetzt. Ich habe bis jetzt einen gesehen, Alter. Barscht mich nicht, Alter. Noch mal einen. Ey, warte, schiessen wir einfach drauf. Oh, ich stehe ab jetzt in den Garten. Und, rund, rund. Aber die sind eh low. Ich weiß gar nicht, was die machen wollen. Rein. Na ja. Oh, pass auf, die Granate ist zurückgespielt. Achtung, 215, dann kommt die da. Mokka darf auch nicht meine Stieb weggehen, ich habe ein Mikrofon immer noch nicht drin. Oh, oh, pass auf, der hat mich recht klemmt. Egal, pass, ich tue einfach. Egal, sehen wir den. Ich habe einen wirklich klemmt. Ich möchte in deinem Video meine Stieb, meine Fizze. Hör einfach mal. Ich nehme einfach mein Skimpy. Ist auch nice. Und oben ist echt geil, Alter. Killen. Ja, ja. Überfahr, Johnny. Ach. Die meisten Kills. Vorhine, vorhine. Kommet. Kommet rauf. Achtung, das Auto vom, vom Ding. Von Mike. Kommet rauf, Alter. Was macht ihr? Der Billy stirbt. Da ist nochmal ein. Nein, der Johnny Kills, Alter. Was? Der hat seinen eigenen Mitspiel abgeschossen. Hat er gar nicht. Doch. Hä? Ich hätte ja keinen Assist, Digga. Ach so, ja. Alter, die sind so schlecht, das ist krass. Das ist echt geil, Alter. 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 Komm rein. Hey, Alter. Farscht mich nicht. Ja, zwei. Boah. Schon wieder habe ich kassiert von dir. Ich bin Blut rot, Alter. Ich auch. Ihr Leben hinsch. Also, die eine ist krass, wie heisst die? Die Pink. Ja, die ist schon nicht schlecht. Jetzt, jetzt. Die hat mich vorhaut gekillt. Die Pink. Ja, die Pink ist echt cool. Ja, die Pink ist echt cool. Das magst du nicht. Beisse, Alter. Ich habe voll nicht darauf geachtet. Hm. Missgeburt, Alter. Boah. Ich kassier. Ja, alle Granaten brennt. Das ist so eine geile Position. Ich spüre es, dass sie von rechts kommen. Granaten, äh, Auto brennt. Ja, sie kommen von rechts. Johnny ist schon mal gestorben. Ja, zweimal. Ich. Ich null. Ich glaube, einmal auch. Mal zwei. Hey, die ist oben. Die ist oben. Adem. Pass auf. Ja, John. Ich weiss nicht, wie ich den nicht killen kann. Digga, der ist low life, wie es ihn nicht war. Wie der... Du bist schief und stirb direkt. Es ist eine direkt links im Decken. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Ich habe ihn schon gelehnt. Einer kommt hier gelaufen. Mann, ich kann von da hinten nichts machen. Ja, gar keine. Zeigt sich überhaupt nicht. Oh, der eine hat mich fix. Nein. Das ist ein Affer. Der 1 hat am Eingang 10 mal angeschossen Achtung! Holy Scheiss! Den kannst du nicht killen! Das ist nicht viel! Oh Jungs! Du hast gestorben! Ich glaube ich nenne das Video How bad is the UL3 Noch nie bin ich so wenig gestorben Ja ich weiss Das war schlecht Warte ich brauche noch nie Ich werde noch ein paar weg gehen Ja 1 Kill und 4 Assists Ich habe einmal gestorben Genau 1 Kill und 4 Assists Ich habe viermal gestorben Er ist so schwul! Das kann man nicht angreifen Oh fuck! So ein Opfer ist doch gar gesehen Weisst du wieso? Er kommt so ein Krimwotten killen Er verfällt alles Er ist so schlecht Er ist so schlecht So gerne meine Mutter hätte mich gehillt in dem Spiel Die müssen wir noch einmal einladen Wer war ein Krimwotten Vielen Dank.